Hallo, hier ist Herbert Herrmann, der Häuserspezialist aus Leinfeld Echterdinge. Ich bin heute in der Dingerung im Rostdorf. Da gibt es eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Und da bin ich jetzt schon drin. Aber wir gehen jetzt von außen rein und gucken die miteinander an. So, jetzt gehen wir noch mal kurz rein. Das ist auch schon offen her. Einmal, bin ich gleich an der Tür. Dann haben wir hier einen Flur. Können wir es dann abstellen. Und dann, wenn man zur Tür reinkommt, auf der rechten Seite geht es ins Badezimmer. Das ist praktisch ein innenliegendes Bad, relativ kompakt mit Badewanne. Waschtisch und ein Spiegelschank und ein Härtchen drin. Wie es halt hier oben so ist. Wenn man dann da raus geht und da vorne wird es ziemlich hell. Dann geht es dann durch ins Wohnzimmer. Moment, gehen wir mal kurz so rum. Ja, so haben wir das Wohnzimmer. Hier wird schon ausgezogen. Deshalb sind da die Kartons und alles. Und dann können wir gleich hinten raus gehen auf den Balkon. Das Balkon geht. Ups. Darüber durchtauchen, nach Süden, nach Westen. Da ist die Sonne. Und das ist praktisch die Höhe Sicht vom Balkon. Da brennt die Sonne ganz schön her. Da brauchen wir dann schon einen Sonnenschirm. So ist das besser. Hier sieht man nochmal den ganzen Balkon. Da wachsen also auf jeden Fall die Paprikas. Und was man sonst noch braucht. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Ups. Tür zu. Und nochmal von hier rum, kann man das auch sehen. Ja. Also. Und dann haben wir auf der Seite drüber, geht es direkt rein in die Küche. Hier. So. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen den Rohlader hoch. Das ist auch hier. Das ist bereits ausgezogen. Der zu. Und dann haben wir die Küche. Die Einbauküche, die gehört mit dazu. So, dass man wirklich reinkommen kann. Und kann dann auch zeitnah mit dem Wohnen anfangen. Okay. Dann sind wir hier durch. Also Küche mit angrenzendem Essbereich. Von hier nochmal gucken. Mit dem Essen drin praktisch schon in der Küche. Hier Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon. So. Dann gucken wir uns jetzt noch kurz das Schlafzimmer an. Das geht nach Oste raus. Da gibt es Morgensonne. Das ist auch schön beräumig. Einmal so durch. Dann klicken wir hier hinten ins Eck. So. Und hier kriegen wir das Morgensonne. Mal kurz ausgucken. Ja. Da kommt man runter von Nettingen ruf. Und da kann man rüber gucken. Dahinten sind noch gleich. Ne. Gegenüber die Bushaltestelle. Wenn jemand den Bus fährt. Ja. Und hier nochmal einen Blick rum. Genau. Dann sind wir hier mit der Wohnung auch schon durch. Und gehen wir wieder raus. Wenn Ihnen diese Wohnung gefällt, geben Sie mir Bescheid. Unter ist wieder die E-Mail-Adresse. Können Sie mir eine E-Mail schicken. Oder schicken Sie mir WhatsApp. Das geht auch. Und dann können wir die miteinander angucken. Vielen Dank fürs Mitkommen.